sehr gut ist ja schon unterwegs miche heiböck passt nicht so schlecht um am tisch er probiert jetzt an dass er den skibandler nicht ganz drin hat dass der ski nicht zuerst weg geht und dann wieder her kommt sondern dass er gleich mitspringt das ist gut dass der ski mitspringt 17 5 oder vier mal einmal 18 0 bei 207 metern platz 3 also das ist absolut in ordnung hinter der den beiden deutschen welt